Einen wunderschönen guten Abend heute auf der Luisenburg. Ich bin hier bei den Luisenburg-Festspielen zur Eröffnungspremiere. Ja, Shakespeare wird heute geboten, Romeo und Julia ist angesagt, wird gerade da oben gespielt. Ich bin hier in dem Raum, wo nachher dann der Empfang der Stadt Wunsiedel stattfindet und die ganzen Ehrengäste und die Schauspieler dann hier sein werden. Es ist auch Wirtschaftsminister Martin Zeil anwesend, der gleichzeitig auch Vizeministerpräsident von Bayern ist. Und den werden wir hier dann im Interview haben. Ja, nebenan wird Fußball geschaut, im Moment ist Halbzeit, deswegen kann ich hier sein. Und vorher, vor der ganzen Geschichte, war im Rathaus in Wunsiedel noch ein Empfang für den Kultusminister Spähnle und für den Wirtschaftsminister Martin Zeil. Und da schauen wir doch jetzt mal kurz runter, was da los war. Wir haben 30 Jahre gefeiert. 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 Dort haben wir eine Fachschule gegründet. Und nach Wunsiedel müssen wir eine Dame fahren, der dann nicht mehr da. Und da sind die Kenner, ich denke mal so, so 10, 15 Jahre hat es die Stadt gemacht. Und da gibt es noch eine in Nordrhein-Westfalen, die ist nur temporär, ist das, ne? Temporär. Alle 2 oder 3 Jahre machen wir den Durchgang. Und da sieht man aber, wie wichtig das ist, dass die Kommune sich auch mal bekannt und sagt, da haben wir was, da haben wir ein Thema, sie widmen uns. Wirtschaftsminister und stellvertretender Bayerischen Ministerpräsident Martin Zeil und mit seiner Frau. Herzlich willkommen in der frischen Stadt. Also wunderbar, ich bin ja schon mehrfach jetzt in dem Genuss Ihrer Vorredner. Ich würde sagen, es gibt eigentlich wirklich wahrscheinlich niemanden, der, das gehört ja auch zum Bürgermeister, so leidenschaftlich über seine Stadt reden kann. Und deswegen vielen Dank, dass Sie mich jetzt ja immerhin schon zum zweiten Mal in diesem wunderschönen Raum empfangen. Auch mein herzliches Grußwort an Sie alle, an den Kollegen Schöffel und alle anderen, die hier Verantwortung tragen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Ich meine, Sie alle machen ja, die Region macht grundsätzlich zu dem, was es ist. Und natürlich haben wir, wenn man Ihnen so zuhört, dann könnte man eigentlich tatsächlich fast beineln. Das ist ja alles im Wunderbaren... Das habe ich nicht gesagt, dass Sie... Wir haben ja extra in unserem Ausschuss und unserem Plan demografischer Wandel, gerade auch für diese Region, noch mal zusätzliche Mittel, zusätzliche Initiativen erkämpft. Was ja immer nicht so ganz leicht ist, weil es ja dann anderen Landesteile gibt, die dann sagen, ja, wir brauchen wir nicht. Und... Ja, so viel aus dem Rathaus im Vorfeld, bevor es hier hochging auf die Luisenburg. Ja, Glückwunsch an die deutsche Mannschaft. Vier zu zwei gewonnen. Ganz toll, ab ins Halbfinale. Und ja, ich hoffe, morgen steht nicht in den Zeitungen, dass wir die Griechen gekauft hätten. Naja, das wird wohl keiner schreiben. Bevor wir hier lang rumlabern, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt rauf auf die Luisenburg selbst, denn da wurden die Eröffnungsreden gehalten und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Bis gleich. Na wie, das ist schon da. Servus. Bitte, Servus. Servus. Danke, danke, grüß dich. Danke, alles. Danke, danke, grüß dich. Wir kämpfen alle um die Demografie. Wir schauen alle drum, dass es bei uns wieder, dass wir den Strukturwandel bedeutigen. Wir kämpfen für Wertschöpfung, meine Damen und Herren. Und genau diese Aufgabe erfüllt auch ein Theater, wie die Luisenburg-Festspiele. Ein laufendes Budget von 3 Millionen zu 80 Prozent eigenfinanziert. Vier Eigenproduktionen innerhalb von vier Monaten. Wir haben über 200 Mitarbeiter pro Saison vor Ort. Und dazu noch zwei große Assembles, die als Tourneevorstellungen zu uns kommen und tagelang hierbleiben. Ich denke, das ist auch geregte Wertschöpfung. Herr Minister, liebe Freunde, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Viel Freude heute Abend mit Romeo und Julia. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 95 Prozent aller Bayern geben an, gerne im Freistaat zu leben. Und ich sage es an alle, die vielleicht heute hier sind und nicht aus Bayern kommen. Alle sind herzlich willkommen. Die Integrationskraft Bayerns ist unerwesend. Meine Damen und Herren, ich darf, wie gesagt, allen nochmals sehr herzlich danken. Und die diese wunderbaren Festspiele möglich machen, denn wir wissen, Bayerns wirtschaftliche, unkulturelle Stärke kommt aus seinen Regionen. Und ich habe vorhin schon im Rathaus gesagt, Herr Bürgermeister, Sie haben das alles so herrlich dargestellt, diese Region, Ihre Stärken. Ich traue Ihnen das zu, von mir aus haben Sie sofort das Platz, dass Sie auch das Gasskraftwerk noch bauen. Wir müssen natürlich ein paar Rahmenbedingungen vielleicht noch, weil es ist heute Abend viel zu weit. Und jetzt freuen wir uns gemeinsam auf einen kulturellen Hochgenuss. Ich erkläre die Luisen-Festspiele 2012 hier mit Vierteln. So, das Stück ist beendet. Man hat den Applaus bis hier runter gehört. Und natürlich strömen jetzt die Massen zum einen zu den Parkplätzen und zum anderen natürlich hier rein, die Ehrengäste. Ihr seht, ich habe mir jetzt auch schon ein gutes Weizen aus Wunsiedl geholt. Und ja, ich gebe jetzt nochmal schnell raus. Und dann schauen wir mal, wie die Massen hier rein strömen und runter strömen. Und dann holen wir uns die ersten Meinungen zum Stück. Und dann schauen wir uns die ersten Mal. So, bei mir ist jetzt der Ehrengast des Abends schlechthin, Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister für Bayern, Martin Zeil. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Ja, Sie waren jetzt auf der Lusenburg nicht zum ersten Mal und haben sich einen Shakespeare am Fußballabend angeschaut. Wie ist es bei Ihnen angekommen? Ja, ich fand es hervorragend. Eine sehr gute Inszenierung mit Einfällen, aber immer noch so, dass man den wahren Kern des Stücks, dieses wunderbare Stück erkennen konnte. Und ich fand es hervorragend gespielt und es war wirklich ein Hochgenuss. Jetzt ist es ja, ich sagte es ja nicht zum ersten Mal, dass Sie hier waren. Was war denn Ihr erstes Stück? Mein erstes Stück war, es muss Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen sein, Nathan der Weise. Ja, auch ein klassisches Stück, was wir auch letztes Jahr gesehen haben hier. Und das hat mich so beeindruckt damals. Wir haben damals auch schönes Wetter erwischt und hatten eben diese... Ich kannte es damals eben nicht und habe zum ersten Mal diese wunderbare Bühne erlebt, diese Verbindung von Natur und Kultur. Also seit ich das damals gesehen habe, habe ich immer davon geschwärmt und ich bin froh, dass ich jetzt fast jedes Jahr da sein kann. Das hat ja dann perfekt gepasst, dass Sie auch diesmal wieder bei wunderschönen Wetter hier auf der Lusenburg waren. Sie waren ja vorher im Rathaus unten und Bürgermeister Beck hat Ihnen viele, viele Aufgaben, glaube ich, mitgegeben dann nach München. Wie haben Sie denn den Bürgermeister Beck erlebt? Sie kennen ihn ja schon ein bisschen. Der ist schon beeindruckend, oder? Ja, es ist ein leidenschaftlicher Vertreter seiner Stadt. Er macht viele gute Sachen zusammen mit der Region. Und es ist eben ein Beispiel, dass man eben auch in einer Region, die ja, wie wir wissen, nicht nur auf Rosen gebettet ist, wo es einen auch lang wirkenden Strukturwandel gibt, aber mit viel Tatkraft Dinge in Bewegung setzen kann. Ich habe ihm heute auch wieder versichert, dass wir das auch als Staatsregierung weiter unterstützen. Wir haben ja gerade auch für diese Region in unserem Aktionsprogramm Demografischer Wandel jetzt zusätzliche Initiativen gestartet, zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, weil wir das genau stärken wollen. Diese Aktivitäten hier, ich habe auch heute wieder viele Unternehmer kennengelernt, die hier auch schon lange Zeit hier an dem Standort sind. Und die Stadt selber macht viel, haben wir über Energiepolitik gesprochen. Und insofern kann ich nur sagen, Hut ab vor dem, was hier in dieser Region wirtschaftlich, kulturell, aber auch gesellschaftspolitisch passiert. Es ist ja nicht so einfach als Wirtschaftsminister. Natürlich kommt jede Region, jeder Landrat, jeder Bürgermeister und will was von Ihnen. Ist die Region hier etwas Besonderes, besonders schützenswert und unterstützenswert? Wir wissen genau, das sagen ja auch die Zahlen, dass gerade in Ost- und Nordoberfranken wir natürlich viel Handlungsbedarf haben. Das hängt mit dem Strukturwandel zusammen, das hängt damit zusammen, dass natürlich auch die Wiedervereinigungen zwar viele gute Impulse gebracht haben, aber natürlich auch den ein oder anderen Wettbewerbsnachteil. Denken Sie zum Beispiel an das Fördergefälle zur Tschechischen Republik, bei der Wirtschaftsförderung und vieles andere mehr. Und da werden wir zielgenau ansetzen, um diese Nachteile auszugleichen, weil wir von der Stärke dieser Region und ihrem Potenzial überzeugt sind. Und das ist eben das, was wir hier mitbringen und wo wir auch mit der Region ja sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Das klingt ja alles sehr gut und jetzt hat Ihnen der Bürgermeister Beck dann ja das Gaskraftwerk nahegelegt. Wie stehen da die Chancen, dass das auch tatsächlich funktionieren könnte? Ja, ich bin froh, dass es viele Regionen gibt, auch diese, die eben sich sehr positiv einstellt zu dem Thema Gaskraftwerke. Wir brauchen ja die Gaskraftwerke als Ersatzkapazitäten für die wegfallende Kernkraft. Aber es hängt eben leider nicht nur vom Wollen ab in der Region, sondern es hängt von den Rahmenbedingungen ab. Im Moment ist es so, dass wir viele Standorte haben, dass wir aus dem In- und Ausland auch Investoren haben. Ich war gerade vor wenigen Tagen in Russland, wo auch die russische Seite uns nochmal erklärt hat, dass sie natürlich sehr interessiert sind. Aber es fehlen eben noch ein paar Bausteine, Rahmenbedingungen, weil sie unter der momentanen Situation wirtschaftlich Gaskraftwerke nicht betreiben können. Und da muss gehandelt werden. Ich fordere das ja seit vielen Monaten ein, auch von der Bundesregierung. Und da müssen wir jetzt sozusagen noch die letzten Meter nehmen. Und dann hat natürlich so ein Standort wie Arzberg auch gute Chancen. Da sind wir sehr gespannt, was da noch passiert. Es wird noch einiges sich in nächster Zeit tun, auf jeden Fall. Wir hoffen, wir dürfen Sie auch wieder hier auf der Luisenburg begrüßen und dass es Ihnen wieder genauso gefällt und dass Sie wieder so tolles Wetter mitbringen. Vielen Dank, Herr Zeil. Und schönen Abend noch. Vielen Dank. Ja, und jetzt ist unser Landrat bei mir, der natürlich das Stück gesehen hat. Zum einen, weißt du schon, wie Fußball ausgegangen ist? Ja, ich weiß es. Der eine oder andere Nachbar hat sich immer mal SMS schicken lassen. Okay. Hat man oben gelegentlich Schreie gehört? Nein, es wurde nicht gejubelt. Es wurde konzentriert im Stück zugeschaut. Okay. Und das wäre natürlich meine nächste Frage. Wie ist das Stück Romeo und Julia bei dir angekommen? Es ist wieder mal eine typische Lergenberg-Philosophie. Ein klassisches Stück, ein klassisches Drama. Ganz modern verpackt und neu verpackt, aber so gut gemacht, dass man eigentlich immer wieder ganz neugierig geweidert hat. Welche neue Szene wird denn kommen? Also es war einfach wieder mal faszinierend. Wir haben ja eine hauseigene Julia sozusagen diesmal aus Tiersheim, glaube ich, ist ja die Hanna Plass genau. Und ja, wie ist die Julia bei dir angekommen? Wie fandest du unsere hauseigene Julia? Es ist einfach klasse, wenn man weiß, dass es die Schauspielerin, die aus unserer Region kommt und jetzt praktisch auch Karriere macht, nationale Karriere und jetzt wieder zurück ist und bei uns auch spielt und so fantastisch spielt. Es hat man auch im Umfeld bei uns auch gemerkt. Also alle werden sehr erfreut und haben natürlich auch sehr lange applaudiert und waren dankbar, dass sie wieder so ein interessantes Stück auch sehen konnten auf der Luisenburg. Heute ist ja auch der Wirtschaftsminister da. Habt ihr das gleich genutzt, um den Wirtschaftsminister ein paar Aufgaben mitzugeben? Es kommt selten ein Kabinettsmitglied zu uns, ohne dass er Aufgaben, Wünsche oder auch Forderungen mitbekommt. Und natürlich nutzt man sowas, um auch das eine oder andere Wort auszutauschen. Ja, dann hoffen wir, dass es so weitergeht natürlich, dass zum einen die Kabinettsmitglieder herkommen, dass man ihnen Aufgaben mitgibt und zum anderen, dass sie die dann auch erfüllen. Dankeschön. Bitteschön. Ich weiß jetzt nicht, wie die Tore gefahren sind, aber meine Damen und Herren, was ist 4 zu 2? Die Luisenburg-Premiere, die ist 5 zu 0 ausgegangen. Oder? Was höre ich da? Also ich für meinen Teil muss sagen, bis der Intendant dann kommt, der kann das natürlich noch fachkundiger erklären, aber ich für meinen Teil muss sagen, ich war fasziniert. Was man auf der Bühne gemacht hat, ich habe Ihnen ja gesagt, das ist weniger Equipment wie beim Public Viewing und das war ja auch so. Warum jetzt gerade unbedingt die Wutgegenstände rot waren, das lassen wir mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall so, es waren viele Menschen auf der Bühne und es hat sich alles bewegt. Und es waren zwei Menschen auf der Bühne und alles war gebannt. Und ich will auch ein weiteres Kompliment machen. Viele von uns kennen ja das Stück, aber es ist ja nicht immer so, dass man auch bei etwas moderneren Inszenierungen hinter der Inszenierung noch das Stück erkennt. Aber dieses ist hier in besonderer Weise gelungen. Es waren unheimlich viele interessante, auch originelle Einfälle. Aber die Grundbotschaft, das Zeitlose an den Botschaften dieses wunderbaren Stücks Weltliteratur war zu jedem Zeitpunkt erkennbar. Anna, du musst jetzt was sagen. So ein Debüt auf so einer Bühne, jetzt als Einheimische, das musst du uns jetzt erklären. Liebesfichtige Bürger. Ich bin sehr gerne hier aufgewachsen und ich freue mich, wieder da zu sein. Und ich habe sehr genossen die Probenzeit, es kommen ja noch 17 Vorstellungen. Und ihr seid halt meine Heimat, gell? Und ich habe euch gern. So, bei mir ist jetzt die Julia, die aber eigentlich Hanna heißt. Und gar nicht Plass ist, sondern, du entschuldigst den Witz bitte, sondern schöne rote Bäckchen hat. Und ja, also die Hanna Plass ist hier und die hat hier die Julia gespielt. Und ich begrüße sie erst einmal. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, die Bäckchen sind auch ein bisschen rot, weil alles so schön ist. Ja, aber das passt ja. Also ich glühe auch immer hier. Und Maske hilft gar nichts. Das ist vollkommen sinnlos. Aber das Essen und die Getränke sind ja auch ganz gut. Ja, ist ja gut so. Und es ist auch schon mindestens ein Weißbier, das das zum Glühen bringt. Auch. Aber macht ja nichts. Hat auch keiner gehört. Nein. Ne. Ja, Hanna, du magst da oben die Julia. Ja. Zum ersten Mal Hauptrolle. Vorher hast du hier Statistin gemacht und du kommst aus Tiersheim. Ja, genau. Was für ein Werdegang. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Wie bist du überhaupt zu Luisenburg gekommen? Zu Luisenburg einfach ehrlich gesagt über die Zeitung. In der Frankenpost war das ausgeschrieben und ich hatte Lust, das zu machen. Und dann bin ich hin und wurde genommen und dann waren wir da. Das war ein super Jahr, eine super Zeit und dann bin ich immer wieder hin. Und dann haben mir auch da Leute gesagt, Schauspielschule bla 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 und jetzt bin ich wieder hier. Ja, und wo warst du dann auf der Schauspielschule? In München. Ich war in München auf der Otto-Falkenberg-Schule. Das ist eine Schule, die irgendwie staatlich ist und super ist und toll ist. Und ich habe viel gelernt und jetzt bin ich ins Berufsleben entlassen. Okay, und wie war die erste Hauptrolle hier? Was für Erfahrungen durftest du machen? Naja, es ist, glaube ich, ein sehr besonderer Ort, ein besonderer Raum, den zu spielen, das viel Kraft kostet auf jeden Fall. Also viel Technik, viel Kraft. Und die Erfahrung als Hauptrolle ist schon, dass man zum ersten Mal einen richtig großen Bogen hat und eine richtig große Figur entwerfen kann. Und in dem Studium sind das immer kleine, popelige Szenenstudien. Und jetzt war es mal ein richtiger, da hat man so richtig in alle Richtungen reinlangen dürfen. Das war super. Wie ist es vom Statisten eigentlich dann zum Schauspieler dort zu werden auf der Losenburg? Wie fühlt man sich dabei? Naja, es ist ja mein Weg. Also ich wollte den ja gehen, bin den gegangen, fühle mich damit sehr wohl. Aber für andere wäre das wahrscheinlich anders. Die Julia ist ja durchaus eine sehr anspruchsvolle Rolle, dahingehend, dass es auch noch Shakespeare ist, der ja nicht so einfach zu sprechen ist. Wie bist du rangegangen an die Geschichte? Naja, also es ist Shakespeare, aber es ist eine Übersetzung von Thomas Brasch. Und Thomas Brasch ist ein ganz wunderbarer, sehr heutiger, sehr klarer, sehr schlichter Übersetzer, der da die Sachen super auf den Punkt bringt. Und es hat mir total geholfen, überhaupt das so anzupacken. Und dann ist natürlich eine Liebesgeschichte auch heute immer noch eine Liebesgeschichte. Also auch wenn das 100 Jahre her ist, die Liebe hat sich so sehr nicht verändert. Hättest du es lieber klassisch gespielt oder jetzt so ist er doch eher modern angehaucht? Ich finde eigentlich, dass es egal ist. Also mir persönlich würde dieser ganze klassische Sums eher Probleme bereiten. Also irgendwie dann so ganz viele historische Dinge mitdenken zu müssen und zu spielen. Ich möchte mich da ehrlich gesagt lieber auf die Figuren und auf die Situationen konzentrieren. Okay. Wo wird dich dein Weg hinführen? Was kommt als nächstes? Ich spiele jetzt in Stuttgart, habe da ab 2013 einen festen Vertrag und freue mich sehr. Ja, und das wird bestimmt ganz spannend. Da gibt es andere große Aufgaben. Wird man dich beim Film auch mal sehen, im Fernsehen? Ich habe gerade einen gedreht, der kommt jetzt dann bald raus. Ich weiß aber nicht, ob ich das verraten habe, wie der heißt und so. Das muss ich jetzt mal erforschen. Okay, das werden wir rausfinden. Genau. Alles klar. Ja, danke dir. Viel Erfolg weiterhin. Und wir sehen dich hier auf jeden Fall wieder, glaube ich. Genau. Ich freue mich. Danke sehr. So, bei mir ist jetzt der Bernd Hofmann, Bürgermeister seines Zeichens in Tiersheim. Und ja, da kann ich natürlich nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu so einer Tiersheimerin. Denn du hast ja sozusagen ein Urgewächs aus Tiersheim hier, das die Julia gespielt hat. Wie ist es denn bei dir angekommen, das Stück? Also ganz hervorragend natürlich, wenn man die Hanna kennt vom Kind auf und man sieht sie jetzt in dieser Rolle, dann ist man eigentlich begeistert, weil man nur staunen kann, welches großartiges Talent sie da verkörpert. Ja, du hast jetzt genau von der Hanna dann speziell gesprochen. Das Stück insgesamt, wie fandst du so die Inszenierung? Also dieses Stück insgesamt hat mir sehr gut gefallen. Es war modern inszeniert, ganz klar. Aber es hat durch diese großartige Szenerie der Luisenburg und durch die vielen Statisten einen extrem hohen Wert da gewonnen. Wir haben ja gerade gesehen, dass du, um da zurückzukommen, wieder auf die Hanna, ein relativ ähnliches Verhältnis eigentlich hast. Wie weit kennt ihr euch denn? Ja, bedingt dadurch, dass unsere Kinder dann auch mit der Hanna schon im Kindergarten zusammen waren, in der Schule letzten Endes. Und meine Frau vor allen Dingen auch einen sehr engen Trott zur Familie fliegt. Das klingt ja alles sehr gut. Du wirst also auf jeden Fall ihr Karriere weiterverfolgen, gehe ich davon aus. Und vielleicht auch den anderen kleinen oder kleinen Anschub leisten, wenn es irgendwo geht, oder? Na klar, mit Sicherheit. Und die nächste Aufgabe, die sie zu vollziehen hat, ist der Eintrag ins Goldene Buch des Märktes Tiersamt. Na, da sind wir auf jeden Fall dabei, würde ich sagen. Dankeschön, Bernd. Danke. Tschüss. Ja, jetzt habe ich bei mir natürlich noch den wichtigsten Mann eigentlich hier, der Stadt Wunsiel. Das ist der erste Bürgermeister, Karl Willi Beck. Und er strahlt wie immer, wenn hier eine tolle Premiere war. Charlie, wie hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Ich freue mich natürlich immer auf die Eröffnungspremiere sowieso. Früher, muss ich ehrlich zugeben, haben mir die Knie geschlottert, vielleicht im ersten und zweiten Jahr. Mittlerweile freue ich mich drauf. Nein, die Premiere heuer ist super gelungen. Ich wusste schon, dass es eine Premiere, eine Inszenierung wird, fast ohne Equipment, fast ohne Kulissen. Und ich denke, das ist der Regisseurin super gelungen, wie sie das Stück auf die Bühne gebracht hat. Und dann dazu noch, auf der einen Seite, 50, 60 Leute auf der Bühne. Du meinst, die ganze Bühne bewegt sich und dann plötzlich wieder Romeo und Julia alleine. Und sie schaffen es, die Menschen so zu fesseln, dass du hättest eine Stecknadel vor dem Hören. Das war ganz leise im Theater. Ich fand es halt einfach sagenhaft. Deutlich besser als noch vor ein paar Jahren, wo die Bühne zugebaut war damals. Das war ja leider nicht so gelungen. Aber ja, diesmal offen, so wie es sich gehört hat. Ja, ich denke mal, das muss man auch, haben wir natürlich schon auch dem Michael Lerchenberg zu verdanken, weil er natürlich sich die Dinge schon sehr genau anschaut. Und einfach auch einmal sagt, also Leute, passt auf, so und so gefällt mir das nicht. So und so soll das laufen. Oder einfach die Leute auch gleich entsprechend auswählt. Und die Petra Willenweber, sie hat ja letztes Jahr den Holledauer Schimmer inszeniert. Hier sicherlich mit ein bisschen mehr Kulisse, aber ja auch unter totaler Ausnutzung der Bühne. Und das ist ja heute auch gelungen. Die Bühne auch total ausgenutzt. Aber ich muss vielleicht eins noch sagen, wenn man natürlich dann gerade so die Szenen zu zweit hat, beispielsweise, wo du natürlich auch sehr ergriffen bist, es hängt auch ein bisschen, ich glaube, du kannst es einschätzen, ein bisschen mit der Technik zusammen. Und die Stadt Wunsiedl hat natürlich in den letzten fünf Jahren, sage ich mal, locker 300.000 Euro in Beleuchtungstechnik investiert. Und das zahlt sich gerade zum Beispiel, wenn dann ohne Kulissen gearbeitet wird, so wie heute, nur mit der Bühne, dann zahlt sich das aus. Das Licht lässt natürlich viele Stimmungen in dem Moment einfach zu, dass die Schauspieler dann unterstützt. Aber die tragen es natürlich. Und tragend war dann auch die Julia in dem Moment, eine Lokalmatadorin. Wie hast du sie erlebt? Ja, ich habe die Julia super erlebt. Ich meine, das kommt ja noch dazu. Wenn keine Kulissen da sind, dann müssen die Schauspieler was bringen. Und wenn dann, sagen wir mal, vielleicht 70 auf der Bühne sind, okay, dann kommt es durch die Menge. Aber wenn sie zu zweit sind, dann müssen sie, dann sind sie ganz alleine auf der Bühne und dann müssen sie was bringen. Sonst gehen sie unter. Und sie haben was gebracht und die Julia ins Logi in Wunshil gegangen. Das ist ja eigentlich unglaublich. Sie haben das gut gemacht. Sie haben das, ich habe sie auch beglückwünscht. Ich habe gesagt, so eine Leidenschaft, habe ich gesagt, das ist natürlich der Hammer. Nein, nein. Also ich denke, das ist eine gute Auswahl von Michael Lerchenberg gewesen für diese beiden Hauptdarsteller. Und ich bin auch überzeugt, die fühlen sich beide pudelwohl in dieser Rolle. Es tut sich ja sehr viel hier auf der Luisenburg. Nicht nur auf der Bühne, sondern vor allem im Moment drumherum. Du hast ja jetzt hier eine völlig neue Luisenburg eigentlich erlebt. Noch nicht ganz so, wie sie sein soll, aber das wird noch. Wie bist du zufrieden damit? Ich bin sehr zufrieden damit. Ich denke, der Zuschauerraum hat gewonnen. Der ist richtig nobel geworden, auch mit diesen schwarzen Akzentuierungen. Die Bühne, das darf man nicht übersehen. Das gerät manchmal ein bisschen in den Hintergrund. Der ganze Bühnenboden neu gemacht mit dem neuen Material von Rehau, unserem Hauptsponsor, wo wir halt vor allen Dingen, auch wenn es regnet, eine große Sicherheit haben. Das war bisher ja ein bisschen ein Manko. Und dann natürlich einfach mehr Raum für die Schauspieler, wenn es um die Sozialräume geht. Mehr Raum für die Theaterschneiderei. Mehr Raum für das Schminken und für alles, was dazugehört. Und natürlich überhaupt erst mal vernünftige Voraussetzungen für Statisten. Du wirst es wissen. Ja. Was das früher war, wollen wir gar nicht drüber reden. Diese Hütte war toll. Voraussetzungen für die Theaterwerkstätten. Und das alles zahlt sich aus auf der Bühne. Jetzt mal kurz weg von der Bühne. Heute war natürlich ein harter Bürgermeistertag wieder. Staatssekretärin Melanie Hummel war da. Ihr habt Spatenstich in der Rätsch gemacht, das wir auch für euch haben natürlich. Und dann war der Dr. Spähnle da, der Kultusminister. Und dann natürlich heute zur Eröffnung generell dann der Wirtschaftsminister, an dem du viele Wünsche hattest. Normaler Tag für den Bürgermeister in Wunsiedl? Nein, nein, das ist auch für den Bürgermeister in Wunsiedl kein ganz normaler Tag. Aber es ist wichtig, sich auf diese Tage einzustellen. Und ich habe mir natürlich überlegt, was machst du? Ich habe der Melanie erklärt, dass das ein Wahnsinn ist, was heute hier abläuft. Dass wir heute den Spatenstich machen für eine Konversion einer Industriebrache, die deshalb entstanden ist, weil wir vor 20 Jahren nicht gehandelt haben. Und ausgerechnet heute auf den Tag auch der Finanzausgleich deshalb geändert wurde, weil wir das begreiflich machen konnten, dass einfach hier ein Nachholbedarf besteht. Dann der Herr Spähnle, der war bei der Konferenz der Landräte dabei. Und ich habe ihn eingeladen, dass er zu uns ins Rathaus kommt. Er war da. Er ist natürlich ein Freund der Stadt Wunsiedl bezüglich Katharinenberg. Aber er ist für uns natürlich ganz wichtig bezüglich unserer Schulen. Wir haben momentan ein Sanierungsprojekt laufen, wo wir schauen müssen, dass wir die Finanzierung durchbekommen. Und das habe ich mit dem Herrn Spähnle noch einmal besprochen und ihm noch einmal dargelegt, was Wunsiedl für ein wichtiger Schulstandort ist. Und dann der Wirtschaftsminister. Ich denke mal, das ist ganz gut gelungen. Wir haben uns überlegt, er ist ja auch für die Energie zuständig. Und da möchte ich nur sagen, er hat heute gesagt, baut das Kraftwerk, ich bin dabei. Also da denke ich einmal, da kommen wir auf einen guten Weg. Da sind noch einige Gespräche zu führen. Da ist das EEG noch zu diskutieren. Aber es ist schon mal ganz wichtig, und er weiß das auch, dass, wenn es so ein Kraftwerk gibt, dass erst mal Arztwärts ein guter Standort ist und dass wir das auch drauf haben und dass wir dabei sind, das hier bei uns zu machen. Also ich habe vorhin auch noch einmal mit ihm über das Kraftwerk gesprochen und es klang alles sehr, sehr positiv. Insofern schauen wir auch positiv in die Zukunft. Ein rundweg zufriedener Bürgermeister heute. Ein rundweg zufriedener Bürgermeister. Ja, das auf jeden Fall. Und es gibt auch noch zwei harte Tage jetzt, Brunnenfest steht an, Tag der Partnerstätte, also noch einiges vor dir. Das haben wir wochenhändig schlechthin in der Festspielstadt Wunsiedl. Und da freuen wir uns aber drauf und da werden wir auch noch einiges losmachen. Das ist ein gutes Schlusswort. Und das Wetter schaut ja auch sehr, sehr gut aus. Deshalb kann ich nur sagen, kommt zu uns morgen in die Stadt zum Brunnenfest und seid in der Stadt. Wir sperren die Stadt für Autos und genießt einen wunderschönen Fichtlgebirgsabend in Wunsiedl. Genau, das kann man nicht besser sagen. Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Wir verabschieden uns jetzt mit dem Bürgermeister von Wunsiedl aus der Festspielstadt Wunsiedl von der Luisenburg und sagen danke fürs Zuschauen. Und ja, kommt doch nach Wunsiedl, da gibt es einiges zu sehen. So ist es. 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 So ist es.